der Wix hat noch genau Null Prozent Leben was so ein Penner Einschuss hat noch gefehlt den Slap ich jetzt weg diese Biatch davon erläuft einer ich weiß jetzt nicht mehr ist nicht auf dem Dach das ist das für ein Kacibu Ron Hallo mein Willkommensgeschenk an dich Faust 99 den habe ich gerade weggebescht was habe ich jetzt 155 ich habe eine 3er KD ach wie geil ist das so ich habe keine weiß ich nicht 1, oder blub ja aber es geht auch noch das ist ganz okay da muss man sich nicht drüber beschweren ich versuche mal C zu kriegen ich glaube Battlefield sollte ich nicht so viel im Voraus aufnehmen bei Battlefield habe ich immer hunderte von Parts im Voraus weil du dort auch so persönlich privat ganz oft mal suchtest ne oha da direkt vor mir steht einer ich schieb das nicht aber da steht dann noch mal einer oh der kriegt nicht auch noch dieser Wichser 16, 6 jetzt ja gut das ist immer noch okay ähm wo ist der jetzt war doch hier so ein kleiner Schwuchtelgegner aber ich finde das gerade richtig cool das macht richtig Spaß ich finde den Gegner nicht oder ist der schon tot ganz anscheinend ist der schon tot ich join immer hier außerhalb von der Baustelle übrigens ihr werdet jetzt nicht glauben ich habe das Spiel auf Full HD getestet ohne Aufnahme läuft es recht gut es hat bei den gleichen Grafikanstellungen nur halt mit Full HD wie ich es jetzt habe äh 30 FPS aber äh für mich ist das wie bitte was fuck Bobby Sands ist glaube ich raus ist mir doch scheiße ja ich wollte nur gucken wo der steht und hab ich den nicht gefunden hab mich ein bisschen gewundert und deswegen bin ich gestorben meine eigene Doomheit boah ich hab ihn gekriegt Headshot ey so ein Glück ey hätte der mich jetzt gekriegt dann wär ich sauer gewesen ne äh bist du das ja ey wie oft joinst du bei mir ich will dir doch nur Punkte geben jetzt weinen nicht guck da vorne läuft einer ja ich weiß ich glaube sogar zwei der kommt jetzt da gleich raus weh du Christian das ist meiner ne meiner Pissa du hast mir auch schon zwei Kills weggeklaut die ich mal nehmen wollte ja wie viel hast du mir jetzt geklaut in dieser und den letzten Runden Pissa ich glaub da oben ist nur einer ne geh weg da ist keiner nein verpiss dich doch da ist einer unter uns ist auch einer also über uns ist einer gewesen nein oh mit der M98B bin ich von außen weg gesnipert worden wie scheiße ist das denn 18-6 18-6 da oben war doch noch ein Gegner oder oder ist da jetzt noch einer ja doch da ist noch einer ja den hab ich nicht gekriegt warte bitte nicht sterben ja kacke war wegen meinem scheiß Ping ne die letzten Schüsse sind gar nicht übergekommen sonst wär der auch tot gewesen das ist so schlimm ja ja mein Ping genau so nur wegen meinem Ping bin ich grad so dermaßen schlecht ich bin grad echt wegen meinem Ping so abgeschissen ohne Witz ich hab die letzten Schüsse ja noch einschlagen gehört ja ich weiß das mit dem Ping ist immer so ne scheiß Sache das ist manchmal echt ein bisschen schwul im Prinzip musst du die schon aus total geringer ach total ja echt viel weiter vorher erkennen und die dann ich glaub ich glaub die meisten Squad Leader wissen gar nicht dass die Befehle geben können ne wissen die auch nicht find ich bisschen schade ich weiß auch nicht wie ich weiß nur dass es geht ja kuh u ist Befehle da oben hocken zwei guck im Obergeschoss wieder einer fuck da ist einer mit Schrotflinte renn da nicht hoch tötet ihn am besten von unten irgendwie ha ha von unten der ich selber hier grad angehittet dann geh in Deckung und lass mich trocken ich renne warte 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 ich renne ich renne ich renne da hockt aber jetzt einer er verkriegt sich einer ey nein das gibt's ja wohl nicht Camper Bitch oh man ich bin so ne Sniper Camper hey ah ah weiß ne ha weiß guck der der rennt da hin kniet sich in die Ecke dreht sich um und schießt mich einfach ab wo bist du ähm da ja gut komm ich join einfach bei dir gebe ich dir auch mal ein paar Punkte da drüben kommt gleich einer guck ja ich hab's gemerkt ey ich dachte der boah wie viele Gegner kommen da oah tausend Stück man pass auf pass bloß auf WTF so guck ich gerade ungefähr WTF das könnt ihr euch jetzt mal so vorstellen äh einer hat mir äh unter einem Youtube Video geschrieben ah Mr.Pro hat der Gag gibt's ja wohl nicht hat mir geschrieben so ja äh warte mal bleib mal da ich nehm jetzt mal Sniper hat mir geschrieben so ja äh mach doch als Abo Special äh hier zei- äh nimm dich mal auf und zeig dich mal dass man mal sieht wie du aussiehst beim Ausrasten da dachte ich mir schon oh nein oh nein auf gar keinen Fall toll Killsteal yes nochmal WTF ich hab Hitmarker bekommen und ich hab nicht mal ähm Hilfe bei Kill bekommen ich hab nur Hilfe bei Kill durch Niederhaltung bekommen hab ist mir auch schon passiert heute ich hab Hitmarker gekriegt aber keine Hilfe bei Kill das ist voll das ist voll strange hier immer grad bei Battlefield achste der hat sich in so 3 Millisekunden auf äh wieder voll Leben hochgeheilt ich oder was ne nein der Kerl wer kann guck mal hier guck mal hier oah fast tot Barsat schwul ich bin ja egal wie er voll gebumst worden ey ich werd die ganze Zeit voll gebumst äh pass auf lass mich sporen ey wehe du stirbst ich warn dich wehe du stirbst du stirbst nicht wenn ich es nicht will im Dienst willen du stirbst nicht wenn ich es nicht will Gegner da oben ist irgendwo noch einer den will ich jetzt mal ganz wegsnipern das wär ganz cool boah da seh ich ihn sogar boah wegen meinem Fiki Ping ne da dreh ich mich so auf der hatte noch 3% wär mein Ping nicht so scheiße gewesen hätte ich den locker gehabt locker das ist richtig schlimm ah da oben ist einer springt runter und ich schieß einfach nicht man gibt es ja wohl nicht ich werde das eine Granate vor Alter was war das denn für ein Killfeed ha 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 da läuft davon dann steht einer gell irgendwo zwischen den Containern ne da ist er da ist er ne komm nimmst du bitte noch einmal mit deiner fitten Fickbirne raus ey damit ich dich wechsle da waren gerade drei vier Gegner und die habe ich alle mit meiner P90 getötet alle Und ich mache hier gerade gar keine Kills mehr, ich habe jetzt 18,9 Na gut, das ist immer noch geil, das macht immer noch heftig Bock Sniper ist auch nicht ganz das Effektivste Und ich renne mich natürlich an so einem Pfosten fest Na gut, wo ist denn der Scheiße, hier stinkt es gerade voll nach Zigarette Solltest du nicht so zu rauchen Ich rauche nicht Und so stimmt es ja nach Zigarette Oh, Headshot, nee, gibt es nicht, ey, mit Niederhaltung, Zigarette Äh, hey, bitte hör auf, über Aufensreden Mit Niederhaltung habe ich den noch gekillt, meine ich natürlich Ah, ich camp hier mal weiter Ich gehe mal nach B, oder so noch welche Ey, da schießt einer auf mich, Ice Cold Ja, da oben zum Beispiel Eiskalt, schießt jemand auf mich Aua Nein, scheiße, Mann, komm schon Da unten? Hä? Ach, der sitzt da oben auf dem Dach Alter, wie blind bin ich denn? Ich guck da die ganze Zeit in die mittlere Etage Und dann sitzen die alle oben auf dem Dach Kann doch nicht angehen, ey Warte, ich spawn mal bei dir Ich muss die mal eben klatschen Hab ich auch schon vor Aber die strecken ja scheiß Birnen nicht raus Ja, ist egal, ob die die Birne rausstrecken Ich streck da jetzt mal eine Granate rauf Das hätte ich auch machen können Das wäre eine gute Idee gewesen Ja Dann ist aber jetzt schon zu spät Ich wende da jetzt mal hoch Wegen Rennen Ich kriech Ich kriech Ich werde mich jetzt jemal hincampen und jemal snipen Will doch nur zocken Na, oh Mann, ich wollte jetzt mal einmal Ein Heli versuchen zu sniper Und ich habe 19,10 Wenn ich jetzt einen Kill mache Habe ich noch einen 2er KD Das wäre natürlich schön Dann nehme ich jetzt doch wieder diesen Munitionstypen Oder soll ich mal Pionier nehmen? Nee Gibt's Oder soll ich Sniper nehmen? Doch, ich nehme Sniper Komm bei dir rein P90 Service Ja Ja, willst du noch einen Anflug starten, Mr Mr Knister? Du musst eben schreiben, dass du aufnimmst Nee, warum? Scheiße, komm Halt, halt Was? Das hat gerade jemand im Chat geschrieben Und hat gefragt, ob du aufnimmst Echt wer? Hä? Drück H Drück H Drück H Drück H Drück H Heart Case Was? Sag doch einfach ja Ich habe Nacht schon Hä? Oh nein, der ist weg Gut, Leute, ich werde kurz eine Stunde machen und gucken, wo Grantelbart ist Hä? Ich bin doch noch da Hä? Hast du gelitten? Hä? 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 Weil mir war gerade Bling Ja, war bei mir auch, ich habe so gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Also, wie das wohl klingt für dich Ich bin schnell, der ist wohl weg Äh, mir ist doch egal, aber ich meine, ich habe mir so gedacht, was geht mit dir? So weg, ich bin nur noch da Ah, das ist das Geilste auch, man Ich muss mal eben wieder bei Ds hoch Ich mache das immer so, wenn ich in Sniper bin, stelle ich mich erstmal hin, bewege die Maus nicht und suche mit meinen Augen erstmal so Bildschirm ab Ja, naja, naja Aber meistens wackele ich da noch mit meinem Kerl rum, den ich da zocke Damit ich nicht so, da unten sitzt die Fortsegel irgendwo drin Mal eben die Wand ein bisschen einreißen Wo ist denn der? Da links ist einer, glaube ich, ja, da vorne Nein, so knapp Headshot Hardcase Geil Der kriegt jetzt hier einen Einlauf, ich sag's dir Happy Birthday, Hardcase, du bist im Video Wie ich dich weggesnipert habe Bah, was ein Claymore Und gleich nochmal Hallo, Hardcase Hardcase, hi Warte, warte, ich muss mal eben Danke Claymore, Alter, wie viele Claymores bauten der da hin? Quickscope wär jetzt mal geil Danke, dass du vorluden, Lunds Ich mach hier Kills gerade und die sind dann nicht mal gut Ja, ist egal Ach, ist mir scheißegal, Kills sind Kills Auch gut, wenn ich es mir gewusst Sniper Ich weiß nur nicht, wo ich hingehen soll Fick dich doch, du verhurter Lackspast Oh Mann Ne, ähm QQMor, was hat denn der? Oh, davon sind nochmal zwei Kollegen Das heißt QQ Wenn irgendwer nicht weiß, bitte runterschreiben, ich weiß es nämlich nicht Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner Ach, der ist schon tot Komm, werden wir noch ein bisschen Leiche schenden Und den noch weiter kaputt schießen Lass dich schenden Das fand ich bei GTA San Andreas so geil Die Schwester Der, äh Am Ende, wo man den fetten Bulle da dann tötet Mit der Verfolgungsjagd Da sagt er doch so Ja, hast du noch einen letzten Wunsch? Ja, ich wollte schon immer deine Schwester schenden Und der dann so kräht da voll durch Motherfucker Fuck 20% hat die Bitch noch Kann auch nicht Nicht so hoch, nicht so weit drüber zielen Vielleicht, ach ja, so vielleicht Was der Probleme? Nicht so hoch, nicht so weit Ja, weiß, wenn man als Sniper spielt Boah, jetzt geht mir mein komischer Pseudo-Freund mir schon wieder auf den Sack, ey Wenn der einmal anrufen will, ne Dann Du ruft der so lange an, bis ich den entweder annehm oder bis ich den blockiere Wer denn? Ich glaube, ich werde die Option blockieren Wer denn? Ich kenn's nicht Wer denn? Wer denn jetzt mal die Option blockieren in Betracht Siehst du, diese ist also in Betracht? Oder ich stelle mich erstmal nur auf beschäftigt und blockiere den dann nachher Nur nachdem Ja, ich stelle mich immer auf beschäftigt, grundsätzlichen LP-Aufnahmen Außer manchmal, wenn ich's vergesse, das passiert aber nicht so oft So, da wird jetzt hier einer Oh, oh Gott Jetzt hab ich gar mal Glück gehabt, ey Da wollten gerade eine Bumsen Und es muss hier total langweilig sein, von den Zuschauern hier Ich gammel hier nur auf dem Dach rum, chill hier so ein bisschen Ich bleib als beschäftigt und okay und weiter geht's Ne, weißt du, ich hab hier auch grad irgendwie gar keine Zeit zum den Chat lesen Oh Bist du so konzentriert? Oha Was du für ein abgefuckter Jude bist, ohne Witz Wie die sich da zuflamen und es bin doch nicht mal ich, das find ich's coolste Ohmd Alter, wie viele Tickets sind hier noch, ey Das ist ja richtig krank Aber ist doch, ist grad noch so Ja, 1080 Tickets hat das Gegnerteam noch Hab ich ja eigentlich irgendwie Spawn-Bake? Hier mal erstmal hier Dieses, das hier Spawn-Bake aufstellen Dieses Überwachungs-Ding, da Tuck-Dings da aufstellen Alter, ist der da ehrlich auf dem Turm drauf? Der ist ehrlich auf dem fucking Turm drauf Ja, ganz oben, oder was? Ja, ich seh ihn Ja Klatscht die mal von mir, bitte Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, Faust99 Oh, oh, oh Geil, Headshot Hehehe Du Sniper-Noob Und ich sag zu dem Sniper-Noob, weißt du Ey, der joint da bestimmt oben wieder rein Ja, genau Ne, Mr. Pro-Hacker Hallo, Mr. Pro-Hacker Können wir da ne Granate draufwerfen? Hilfe bei Kill 63 Nee, brauchst du da nicht So, jetzt müssen wir deren Base abriegeln Komm mal weiter nach vorne, rück, vor Los Wie denn, ich bin Sniper Sniperieren, ich bin Entfernungs-Kämpfer Aber gut, ich spring jetzt da mal runter